Wir werden die Welt verändern. Ich werde dich furchtbar vermissen. Ich werde dich auch vermissen. Wieso haben die uns entführt? Vielleicht halten die uns für Amerikaner. An einem unbekannten Ort fangen zwei Männer einen Krieg an. Für wen arbeitest du, Matein? Ich arbeite für eine Bank. Ich denke, du liegst. Ich habe nichts gelogen. Berate uns, wer deine Freunde sind. Sind sie Teil der Bewegung? Es trifft eher zu, dass die Bewegung ein Teil von uns ist. Wofür ist das viel Geld? Ich bin hier, weil ich ihrem Volk helfen will. Ist jeder Moslem ein Terrorist? Nein. Sind Sie einer? Geben Sie mir einfach Ihren Namen. Ich habe dir etwas mitgebracht. Ich kann Ihnen nichts sagen, wenn ich nicht weiß, was Sie von mir hören wollen. Ich möchte, dass du mir einfach alles erzählst. In einer einzigen Tag. Warum sollte ich mit den Amerikanern sympathisieren? Weil Sie eine Million Dollar dafür hingelegt haben. Über das Schicksal von Nationen entscheiden kann. Das Geld habe ich gestohlen. Nein! Wen bist du bereit dann zu verraten? Hat sie dich angeworben? Sadia hat nichts damit zu tun. Überzeuge uns, für wen arbeitest du? Für das Volk. Was würdest du tun? Du schreibst ihn auf. Den Namen des Mannes, von dem du das Geld hast. Um am Leben zu bleiben. Lawrence Fishburne. Ryan Phillippe. Colm Meany. Gib mir deine Hand. Nein! Fünf Fingers. Untertitelung des ZDF, 2020